Der Prolog von Ochid vom 15. November Gedenken Die heiligen Märtyrer Gurias, Samunas und Abibus Gurias und Samunas waren angesehene Einwohner von Edessa. Während einer der Christenverfolgungen verbargen sie sich außerhalb der Stadt, lebten in Fassen und Gebet und sprachen den treuen Gläubigen, die sie um Rat ersuchten, Mut zu. Doch sie wurden gefangen genommen und vor den Richter gebracht. Der ihnen den Tod androhte, wenn sie nicht dem kaiserlichen Dekret folgten, das Götzendienst verlangte. Diese heiligen Märtyrer Christi antworteten ihm. Wenn wir uns dem kaiserlichen Dekret beugen, werden wir verloren gehen, auch wenn du uns nicht tötest. Nach grausam Matern wurden sie ins Gefängnis geworfen, wo sie im 1. August bis zum 10. November blieben und Hunger, Dunkelheit und Schmerz ertrugen. Dann wurden sie zu neuen Matern herausgeholt. Doch da sie unbeugsam im christlichen Glauben blieben, wurden sie zum Tod verurteilt und im Jahr 322 unter der Herrschaft des bösen Kaisers Licinius enthauptet. Später erlitt Abibus, ein Diakon in Edessa, Torturen um Christi willen und übergab Christus seinem Geist in den Flammen. Seine Mutter nahm sein Leib, der auf wundersame Weise im Feuer und unversehrt geblieben war und begrub ihn zusammen mit den Reliquien der Heiligen Guryas und Samunas. Als die Erfolgung aufhörte, bauten die Christen eine Kirche zu Ehren der drei Märtyrer Guryas, Samunas und Abibus und legten ihre wundertätigen Reliquien zusammen in ein gemeinsames Schrein. Von den zahlreichen Wundern dieser wundervollen Heiligen ist Folgendes besonders bemerkenswert. Eine Witwe in Edessa hatte eine jüngere Tochter, die sich anschickte, einen gotischen Soldaten der griechischen Armee zu heiraten. Da die Mutter um die Sicherheit der Tochter fürchtete, wenn sie so weit entfernt leben würde, schwor der Gote am Grab der Heiligen drei Märtyrer, dass er der Jungfrau nichts antunen würde, sondern sie zur rechtmäßigen Gemahle nehmen wolle. Zudem hatte er schon geschworen, dass er noch nicht verheiratet sei. In Wirklichkeit jedoch hatte er bereits eine Frau, und als er die junge Frau in sein Land brachte, nahm er sie nicht zur Frau, sondern hielt sie als seine Sklaven, bis seine rechtmäßige Frau starb. Dann kam er mit seinen Verwandten überein, die Sklaven lebendig zusammen mit seiner toten Frau zu begraben. Das Mädchen betete unter Drehen zu den heiligen drei Märtyrern, sie zu retten, und sie erschienen ihr im Grab und brachten sie in einem Augenblick aus dem fernen Land der Goten in ihre Kirche nach Edesha. Als am folgenden Tag die Kirche geöffnet wurde, fand man die junge Frau am Grab der Heiligen Gottes und erfuhr von ihrer wundersamen Rettung. Die heiligen Märtyrer Elbidios, Markilos und Ephtochius erlitten das Materium Christi willen unter Julian dem Apostaten. Elbidios war ein Senator, 6000 Heiden, die Zeuge wurden der Tartur und der Wunder des Elbidios, gelangten zum Glauben an Jesus Christos. Das Fest der Ikone der allheiligen Gottsgebärin von Kupjatic Diese Ikone erschien zuerst einer Jungfrau namens Anna im Dorf Kupjatic in der Provinz Minsk im Jahr 1182. Beim Hüten ihrer Herde sah Anna ein Licht im Wald. Als sie sich dem Licht näherte, erblickte sie ein mittelgroßes Kreuz an einem Baum, das das Bild der allheiligen Gottsmutter trug. Anna nahm das Kreuz mit nach Hause und kehrte dann zu ihrer Herde zurück. Doch zu ihrem großen Erstaunen sah sie am Baum dasselbe Kreuz an derselben Stelle. Sie nahm es ab und trug es unter ihrem Gewand nach Hause. Als sie versuchte, es ihrem Vater zu zeigen, griff sie in ihr Kleid, doch das Kreuz war nicht mehr dort. Sie erzählte alles ihrem Vater und ging hinaus mit ihm, sah das Kreuz im Wald und nahm es mit nach Hause. Am folgenden Tag war das Kreuz nicht mehr im Haus. Sie alarmierten das ganze Dorf und alle Dorfbewohner gingen hinaus, sahen das Kreuz und verhärten es. Bald bauten die Menschen dort eine Kirche und zahlreiche Wunder geschahen durch dieses Kreuz, das das Bild der allheiligen Gottsgebärin trug. Diese Ikone befindet sich nun in der Kirche der Heiligen Weisheit Sophien-Kathedrale in Kiew. Lobeshymne Und deine wahre Herrlichkeit leuchtet im Himmel, wo du zur rechten Christi sitzt. Und die Strahlen deiner Herrlichkeit steigen hinab zur Erde und beleuchten des Nachts den Pfad ihrer Bewohner. Ehre sei dir, Mutter Gottes, durch die Äonen, dem ersten Tempel, dem wundervollen Tempel der Herrlichkeit Christi. Betrachtung Gott schenkt den Friedenstiftern sehr häufig den Sieg in der Schlacht. Ein Beispiel ist der große Kaiser Justinian. Ein anderes, der heilige König Stephan von Dejani. Nach dem Tod seines Vaters, des Königs Milutin, nahm Stephan die Verbände von seinen Augen und wurde voller Freude vom Adel und vom Volk zum neuen König erklärt. Doch Konstantin, Simonidas Sohn und Stephans jüngerer Bruder von seines Vaters Seite, stellte eine Armee gegen Stephan auf. Stephan schrieb ihm daraufhin die folgenden Worte. Du hast gehört, was mit mir geschehen ist, wie ich mein Augenlicht durch Gottes Vorsehung, die in allen Dingen zum Guten wirkt, zurückerhielt. Da ich Gottes Gnade empfing, erhielt ich nun den Thron meines Vaters, um über das Volk in der Furcht Gottes und mit Gerechtigkeit zu herrschen, gemäß der Tradition, die ich geerbt habe. Lass ab von deinem Entschluss, komm und lass uns einander begegnen. Nimm den zweiten Platz und die zweite Herrschaft, alter zweite Sohn, ein und sei kein Fremdling gegenüber deinem Vaterhaus. Es ist genug Platz in diesem Haus für uns beide. Ich bin nicht kein der Brudermörder, sondern ein Freund Josefs, der seine Brüder liebte. Mit seinen Worten sage ich nun zu dir, ihr sahne zwar Böses wider mich, Gott aber wandte es zum Guten. Genesis 50, Vers 20 So schrieb der heilige König. Doch Konstantin achtete nicht darauf und wurde in der Schlacht von Stefan geschlagen. So erging es auch Wladislav, Tragotins Sohn, einem anderen Anwärter auf dem serbischen Thron. Doch das Schlimmste widerfuhr Michael Sisman, dem König der Bulgaren. Stefan schrieb ihm, Erinnere dich an die Bedeutung der christlichen Liebe. Kühle dein Zorn und lass Liebe zwischen uns herrschen, wie sie zwischen unseren Eltern bestand. Höre auf, christliches Blut zu vergießen. Richte deine Waffen auf die Feinde des Namens Christi, aber nicht auf Christen. Denke daran, wie schwer es für dich sein wird, dich für unschuldiges Blut zu rechtfertigen. Er wisse auch, dass derjenige, der einen anderen beraubt, das verliert, was er hat. Doch Michael spottete diesen Brief des heiligen Königs und wurde in Wellbuts im Jahre 1330 vollständig geschlagen. Gott ist mit den Gerechten, nicht mit den Starken. Lasst uns nachdenken über die wundersame Schöpfung der Welt. Genesis 1 Wie Gott sprach, Es werde ein Firmament inmitten der Wasser und scheide zwischen Wasser und Wasser. Wie er sprach, Die unter den Firmament waren, von denen oberhalb des Firmaments schied. Wie er das Firmament Himmel nannte. Homilie über die Offenbarung der Weisheit Gottes gegenüber den himmlischen Mächten. So sollen jetzt die Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche Kenntnis erhalten von der vielfältigen Weisheit Gottes. Epheser 3, Vers 10 Sind die Engel allwissend, meine Brüder? Die Kirche ist daher eine neue Offenbarung der Weisheit, Macht und Liebe Gottes und andererseits Offenbarung der Liebe der Menschen zu Gott und ihrer asketischen Werke. Die Engel selbst wussten zuvor nicht, wie sich Gott erniedrigen und wie der Mensch erhöht würde. Dies wurde in der Kirche gezeigt und durch die Kirche den Engeln bekannt gemacht. Der Apostel spricht darüber in den oben zitierten Worten in seinem Brief an die Epheser. Die Fürsten und Gewalten sind die obersten unter den Engeln, denen zuvor alles bekannt war. Die vielfältige Weisheit Gottes ist die zuvor nicht offenbarte und den Engeln unbekannte Weisheit, die sich nun in der Kirche auf zahllosen Wegen kundtut. O meine Brüder, die beiden größten Werke Gottes, die bisher offenbart wurden, sind die Schöpfung der Welt und die Schöpfung der Kirche. In beiden, der einen wie der anderen, ist der Mensch das hauptsächliche Ziel der göttlichen Liebe. Lasst uns Gott gegenüber dankbar sein, dankbar für jeden Atemzug. O unser gütiger Gott, O unser mitleidvoller Gott, dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.